Hallöchen, herzlich willkommen in dieser Survival Games Runde. Heute ein herzliches, was geht ab? Ja, ist okay? Nein. Dieses Mal ist es aus meiner Sicht Sebastian und mit dabei ist Vincent. Basti. Ja, hallo. Ja, wir holen uns einfach die Kisten und rennen einfach da hin, okay? Ja, komm, einfach da rein. Boah, wie schnell manche ausräumen können, ne? Okay, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ach da. Hallo. 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 Ich gehe hier unten rein. Ich weiß hier unten. Oh, ne, da ist einer. Ich bin immer noch hier oben, nur damit du es weißt, ne? Ja, ja. Ähm, ich gehe jetzt schon raus hier. Hey, wo bist du? Raus aus dieser Burg. Welcher Seite? Ah, da gibt es einen kleinen Spalt. Okay, ich habe einen Bogen. Ohne Pfeile. Ich bin auch raus, aber ich bezweifle, dass das derselbe Eingang war. Oder Ausgang. Ich brauche, ich brauche endlich eine Waffe. Hey, jetzt bin ich wieder am Anfang. Direkt am Anfang? Ja, also da, wo wir reingekommen sind. Mysteriös. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Galileo. Galileo. Ja. Wo bist du? Ich bin schon sehr weit draußen. Hier sind irgendwelche komischen Ruinen. Bei Ruinen bin ich jetzt auch. Die so mit Pflanzen überdeckt sind. Ja, ich auch. Ja, ich frage ja, ob du bei solchen. Ja, wahrscheinlich gibt es aber mehrere Ruinen hier. Ja, natürlich. Ja. Ich fühle mich so alleine. Oh. Ich bin tot. Von hinten, eiskalter schlagen. Okay, toll. Ich gucke dir zu, ne? Ah, ja. Da ist noch eine Kiste. Okay, irgendwie habe ich nur Lederkacke. Ne, im Ernst. Ich habe wirklich nur Leder. Lederkacke? Ja. Die mag ich am liebsten. Ja, ich auch. Ja. Ja. Ich wurde angegriffen. Oder habe ich mich selbst mit der Angel erwischt? Hahaha. Hier ist ja gar kein Gegner. Ich fühle mich so alleine. Okay, ich sehe gerade, ich habe Dings aus. Ähm, so diese G-Bewegung. Und... Odacity, ne? Ne, aber diese G-Bewegung. So diese hier. Die habe ich aus. Also, ich habe das halt gerade im Video gezeigt. Und irgendwie sieht das so... Wirkt das so, als würde ich schweben. Also, ich weiß ja, dass ich über Wasser gehen kann und so, aber... So krass ist, hätte ich nicht gedacht. Geh, ist das Leben denn Sebastians. Okay, ich habe bis jetzt nur ganz am Anfang möchte ich sie gesehen. Und, äh, irgendwie sind nur noch fünf Leute da. Und hier liegen Kettenhelme herum. Und ich fühle mich ziemlich alleine. Vererweilung. Warte, mit dir sind nur noch fünf Leute da, ja? Ja, weiß ich ja. Hä? Warum legt das hier? Sind hier irgendwelche Mechaniken? Boom! Ja, im Ernst. Wenn ich außerhalb bin, habe ich 100 FPS. Aber wenn ich hier... Oh. Hä, was ist das denn hier? Kennst du das? 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30. Ja, das habe ich ganz oft in meinem Koloniererzähl. Weißt du, und das geht so schnell, dass du das gerade so bemerkst. Oh, Leute, ich bin in Deathmatch. Guck mal einmal nach, ist da ein Team? Sonst habe ich ja gar keine Chance. Ich denke, dass ich kaum eine Chance habe. Habe ich Pfeile? Nochmal Essen in die Hand legen Ist auch gut, dass du aufnimmst, weil dann können wir Survival Games aufnehmen Und ich kann gleichzeitig rendern Ja, ja Ja, was ist das denn? Es ruckelt, obwohl ich sitze Oh Kann man aber aus dem Nichts Ja, wohl kam der Wohl kam der Ja Aus dem Sandboden Ja, ist okay Die Aufnahme muss ich mir erstmal angucken Okay, ich würde sagen, wir beenden einfach mal diesen Part Schreibt in die Kölnere, was gut war, was schlecht war Gebt den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat Runter, wenn nicht Abonniert uns ruhig Wenn ihr Bock habt Ja, wenn ihr Bock habt Ähm Es ist jetzt nicht die beste Runde, die es gibt Das ist natürlich jetzt total klar Aber, ähm Ja Wir nehmen das einfach und Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran Tschüss Tschüss Tschüss